Video und jetzt Aufnahme. Okay und das lasse ich dann später auch mit der passenden Musik. Und dann Improvisieren. Ja okay so war das glaube ich ganz gut und irgendwie sah das jetzt doch nicht so gut aus. Ach man ich bin nur mit dem halben Körper auf dem Video zu sehen. Irgendwie passt das nicht und selbst die Kamera zu halten macht auch keinen Sinn. Man ganz ehrlich ich brauche jemanden der vielleicht die Kamera hält. Ich schau mal wie könnte ich das vielleicht dafür fragen. Schau mal. Du Jenny es ist ja so dass du auch Wednesday guckst. Du bist auch ein riesengroßer Wednesday Fan. Toll ist Jenny auch nicht da. Bei Jenny wusste ich immerhin dass sie ein Wednesday Fan ist aber jetzt habe ich niemanden der die Kamera halten kann. Wobei einer ist noch da. Jay. Ach nee den möchte ich eigentlich nicht fragen. Der ist immer so uncool. Und der wird es bestimmt darüber lustig machen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Jay. Boah ja was ist denn? Ich brauche deine Tür Jay. Äh Jay. Ja die Tür die wäre vielleicht heile wenn ihr nicht da immer so rein platzen würdet. Äh Jay ja komm die Tür bleibt doch heile. Es ist kein Problem. Äh andere Sache Jay. Könntest du mir vielleicht bei der Sache helfen? Nee. Sonst noch was? Warte mal du weißt doch gar nicht warum es geht. Wie? Nee. Ja ich weiß aber die Antwort. Nee. Ja Robloch spielen ist wichtiger als egal. Jay ähm wie wäre es denn wenn du dir vielleicht erstmal gleich anhörst was du machen musst. Du musst nur ein Handy halten. Okay und wofür muss ich das Handy halten? Siehst du dann also das zeige ich dir dann komm kannst du mal dein Handy mit. Komm einfach mal mit mir mit. Komm Jay jetzt hab dich nicht so. Ja okay. So. Ja okay. Willst du ein Hullaufs Video machen? Nein das muss erstmal weg weil das brauche ich nicht für mein Video. So hab weg. So also schau mal Jay. Du hörst jetzt das Handy einfach hin? Ja ja komm zum Punkt. Äh du nimmst einfach ein Video von mir und ich tanze jetzt einfach. Okay normales Video oder? Ja das ist ein Tanz. Ein bestimmter Trend Tanz. Sollst du ein normales Video? Einfach ein normales Video? Nein TikTok Video natürlich. Was denkst du denn? Ein TikTok Video? Ja klar. Von dir? Ich bin modern. Aber das willst du dann nicht hochladen oder? Ja natürlich will ich das doch. Ich geh nicht rein damit. Ich bin ein Trendsetter. Weißt du das nicht Jay? Egal. Ist ja nicht mein Account. Ist ja nicht mein Gesicht. Ja okay komm. Egal. Egal. Okay okay. Einfacher. Aber du machst ja was cooles oder? Ich mach was cooles. Okay gut. Bist du bereit? Ja. Okay. I'll dance 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 with my hands and stand by my friends friends friends. Tina Nina. Stopp mach. Das reicht schon. Wann ist du das jetzt? War das schon ganz gut oder? Ist das dein Ernst? Das ist doch. Das ist doch dieser Wenzeltanz oder? Ja. Ist das dein Ernst? Ich mein der ist schon peinlich wenn man den gut macht. Aber das ist definitiv nicht gut gemacht. Doch. Guck mal Jay Moment mal. Guck dir das doch an. Ja du legst jetzt Musik noch dahinter und benutzt einen Filter vielleicht doch. Siehst du das sieht schon besser aus. Nein das sieht nicht besser aus. Doch. Aber weißt du was? Weißt du was? Ist mir alles egal. Ja. Aber stopp 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 stopp. Ist ja mein Handy. Ist ja nur deiner konnte auch mein Handy. Ich muss das rum zeigen. Ich muss das rum zeigen. Jenny Jenny Jenny. Warum schläfst du nicht auf? Wir haben es tagsüber. Egal. Warte stopp. Ich muss dir was zeigen. Guck her. Guck her. Guck her. Guck her. Guck her. Siehst du das? Hey Moment mal. Stopp. Guck dir das an. Mach das jetzt aus. Oh mein Gott. Das ist doch Wednesday Tag. Ja das ist privat eigentlich. Oh mein Gott. Das war mein. Also sorry. Also sorry. Moment mal. Ich dachte schon dass er tatsächlich nicht so geht. Ja Moment mal. Warte mal. Du findest ja Wednesday komplett peinlich oder? Ja. Ja siehst du? Und du bist auch die Wednesday-Band. Ich verlass denn jetzt. Ja aber Kasta hast du gesehen wie du getanzt hast? Ja. Das ist nicht mal. Und was hast du da? Was für Friends? Aber weißt du was das schlimmste ist? Das war kein privater Tanz. Er will das hochladen. Er will das hochladen bei TikTok. Ja du das bitte. Ja siehst du? Siehst du? Sorry. Also ich will auch dass du das hochlädst. Ich bin auch dafür. Ja bitte. Weißt du was? Kannst du erstmal das Handy geben? Weil ich lad das dann für mich selber hoch. Bitteschön. Bitteschön. Mach das doch. Mach das doch bitte. Und Jenny ganz ehrlich ich finde dich so fake. Weil eigentlich magst du Wednesday auch. Aber jetzt. Ja ich mag Wednesday. Aber du musst. Also stell bitte sich sicher. Dass du die Kommentare anhast. Ja. Das finde ich auch sehr sehr gut. Ich finde das beide doch ganz gut. Ja ja genau. Ja ich finde es eigentlich auch ganz gut muss ich sagen. Das wird schon glaube ich ganz gut. Ja aber ich glaube ich hab den Sound eigentlich. Oder weil meine Stimme. Nein 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 nein. Ohne Sound. Du singst jetzt einfach nur perfekt. Deine Stimme ist ja quasi die Musik. Ja. Leo du singst jetzt perfekt das stimmt. Deswegen. Das wäre ja schade wenn deine Stimme verloren geht. Oh Gott. Okay danke euch. Ich bin mir nicht mehr klar. Ich bin mir nicht mehr klar. Mann ey. Also ganz ehrlich. Die sind alle nur neidisch auf mich. Weil ich einfach so gut tanzen kann. Und einfach so cool bin. Und die wissen schon das wird viral gehen. So ich bleib dabei. Ich lade das so. Ja genau. Mein Gesang ist auch gut. Ich brauche jetzt aber nur noch die passende Musik. Und den passenden Filter. So der Filter passt doch ganz gut. Ja und die passende Musik. Und ich brauche noch Hashtags. Und einen Titel. Wednesday Tanz mit Leo. Ja. Und Hashtag Wednesday natürlich. Hashtag viral. Hashtag meine Freunde haben überhaupt keine Ahnung. So. Und jetzt das darf ich jetzt hochladen. Jetzt bin ich gespannt. So jetzt bin ich gespannt. Oh Mann ey. So. Eine Stunde ist jetzt vergangen. Und jetzt schauen wir mal wie viele Kommentare ich habe. Sehr toll. Das sind zwei Aufrufe und 0,0 Kommentare. Und der eine Aufruf ist von mir selber. Mann ich hätte echt gedacht das geht viral. Oder das würden sich mehr Leute anschauen. Aber anscheinend interessiere ich einfach niemanden. Oder ich warte einfach nochmal. Ich glaube ich warte nochmal. So. Spring. Ah. Ja geschafft. Boah. Oh mein Mann. Ich habe ja die Zeit völlig aus den Augen verloren. So jetzt schauen wir mal. Zwei Stunden sind schon vergangen. Und ich schaue mal jetzt. Oh Mann. Eigentlich möchte ich nicht schauen. Weil ich kann es mir schon denken. Aber. Ah. Was ist das denn? 280.000 Views hat mein Video. Wie gut ist das denn? So. Jetzt schauen wir mal. in die Kommentare. Oh. 450 Kommentare. Ist schon eine Menge. Aber gut. Schauen wir mal. Cringe. Ah. Gott. Mann hatten die doch recht. Peinlich. Aber irgendwie auch cool. Ja. Genau. Ist ich mein peinlich. Vielleicht jetzt nicht. Aber ist cool. Ein bisschen cringe. Aber ist mal was eigenes. Der Tanz. Eine eigene. Ja. Guck mal. Das ist doch gut. Das bin ich selber. Wow. Voll cool. Ja. Die LEDs sehen cool aus. Ja. Finde ich auch. Oh. Wie cringe. Der macht ein Wednesday-Tanz mit dem Mickey Mouse Shirt. Das Mickey Mouse Shirt. Ja. Siehst du. Da drunter mit geschrieben. Das Mickey Mouse Shirt ist cool. Ja. Hab ich doch gesagt. Boah. Wie gut ist das denn? Das muss ich jetzt erstmal den anderen zeigen. Hey Jenny. Mhm. Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich bin zwar kein Hip-Hopper. Aber ich bin ein TikTok-Star. Ja. Und was soll ich hier sehen? Ja. Mein Video ist viral. Oh. Ich zeig's dir mal. So mein Video. Wie du hier sehen kannst. Schau mal. Ja. Schau mal die. Guck dir die Kommentare an. Ja. Ja. Natürlich ist das halt viral geworden. Weil es so peinlich ist. Nein. Voll cool. Richtig cool. Eigene Innovation finde ich cool. Mal was Neues. Oh. Ja. Was Neues? Mal was Neues. Ja. 70 Likes. Also siehst du die Kommentare sind nicht nur negativ. Ich hab's euch weit gesagt. Ich werd's euch zeigen. Ich bin einfach gut in dem was ich mache. Und ihr. Äh. Okay. Okay. Also. Äh. Ja. Also ich glaube. Das ist alles ein Narkasmus eigentlich. Nein. Das ist kein Narkasmus. Ich glaube das ist natürlich halt. Also so dumme Sachen gehen halt viral auf TikTok. Weißt du was? Ich hab vor mein Studium hinzuschmeißen. Und ich möchte TikToker werden. Wegen einem TikTok? Ja das ist viral gegangen. Ich mach jetzt gleich noch eins. Und dann geht das auch viral. Und dann bin ich ein großer Star. Aber du weißt doch schon, dass es eigentlich nicht so funktioniert. Und halt. Also. Das zweite TikTok musste ich mir rein sagen. Hätest du mich jetzt schon wieder? Du hast doch gesehen, dass ich es geschafft hab. Warum hättest du mich jetzt schon wieder? Ja. Nicht in die Kommentare durch. Ich hab's dir gesagt. Guck. Ja. Siehst du. Die lieben mich. Ich hab Fans. Ich bin ein Star. Ähm. Okay. Aber. Also du möchtest ja jetzt ein TikTok-Star werden. Genau. Ich bin ein TikTok-Star. Und weißt du was? Die haben mich jetzt gezeigt. Und jetzt geh ich auch noch rüber zu Jay. Aber vielleicht gehst du nicht rüber zu Jay und sagst es nur mir. Und vielleicht. Ich supporte dich. Ich supporte dich. Vielleicht kannst du mir auch vielleicht irgendwas halt abgeben oder so. Weil ich hab dich von Anfang an erst auch supportet und so. Ja. Also. Also. Ja gut. Wenn du mich weiterhin supportest. Natürlich. Dann bist du meine Managerin. Ja. Dann bin ich deine Managerin. Ja. Genau. Du bist meine Managerin. Ja genau. Und wir sind ja supported und das ist halt so. Also. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir stecken da drin zusammen. Okay. Dann geh ich rüber und mach noch mal TikToks. Okay. Ja. So. Aber das kann nicht alles schon gewesen sein. Ich muss. Ich muss mein letztes Video übertrunken. Ja. Also. Leo. Weißt du was? Ja. Also ich hab mir so ein bisschen so gedacht und dachte eigentlich. Ähm. Ich möchte nicht nur deine Managerin sein. Sondern auch in den Videos zu sehen sein und so. Und auch zusammen mit dir. Und die One-Stay-Tänze machen. Ja klar. Ja gut. Wenn wir zusammen tanzen dann. Ja wir machen beide gemeinsam. Komm. So. Aha. Ich sag's dir jetzt mal. Guck mal. Also. Du musst dich so hinstellen. Ich mach dann gleich den Timer. Ja. Und dann machst du so erstmal dein Handy so. Töntön. Dann so nach hinten. Okay. Und dann vielleicht nochmal die Hand nach oben. Und dann am Ende musst du ne eigene Improvisation machen. Okay. Okay. . Kann ich machen. Aber wer ist auch ein Experte so? Ich mach jetzt die Aufnahme. Let's go. Ach. Ja, ja, super. Hi, hi. Hallo, Jay. Was macht ihr hier? Wir machen TikToks. TikToks, wir machen TikToks. Moment mal. Ihr macht Wednesday-TikToks. Also, dass du das machst, das weiß ich ja schon. Aber du? Warum machst du das denn? Du hast dich doch gerade darüber lustig gemacht. Ja, das ist was anderes. Der ist erfolgreich. 280.000 Views. Ja, okay, Leute, die sich über dich lustig machen. Nein. Wir werden hier berühmt sein. Und du nicht. Wir werden hier richtig berühmte Menschen. Egal, wie viele Leute euch feiern. Feiern angeblich. Eine Person, die euch immer noch feinlich fände. Nämlich ich. Und jetzt bitte macht das nicht direkt vor meinem Raum. Ja, egal, egal, egal. Komm, 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 komm. So, komm, komm. Junge Dame, beim nächsten Mal bitte vorher anklopfen. Mit Ihren Zehen in der Hand. Okay, stopp. Jenny, Jenny, Jenny. Wach auf, wach auf, wach auf. Was machst du da? Ey, Moment mal jetzt. Was soll das denn? Nein, nein, nein. Lass uns Minecraft spielen. Ich möchte Minecraft spielen. Was soll das dennodisch? Wie ist das? Machen Sie ein paar Menschen. Oh, komm. Und dann bueno. kiffy ist CDU.